Wir haben dieses Jahr mit Omikron zwei Projekte realisiert. Das eine war die Integration einer sehr intelligenten Suche in unserem Webshop, nämlich für Berufsbezeichnung. Ich bin Jana Peschke und Gruppenleiterin im Beuth Verlag für das CRM. Der Beuth Verlag ist eine Tochter von DIN und DIN, Deutsches Institut für Normung, und vertreibt die Normen und normungsnahe Inhalte sowie auch normungsnahe Softwarelösungen im Auftrag von DIN. Mein Verantwortungsbereich im Verlag ist dafür zu sorgen, dass unsere internen KollegInnen alle Informationen haben, die sie benötigen. Wir haben dieses Jahr mit Omikron zwei Projekte realisiert. Das eine war die Integration einer sehr intelligenten Suche in unserem Webshop, nämlich für Berufsbezeichnung. Die Berufsbezeichnung war eine Information, die wir von unseren KundInnen noch nicht erfragt haben. Das wollten wir integrieren und haben uns eben überlegt, wie wir das am charmantesten machen können. Man muss dazu sagen, es gibt ca. 27.000 offizielle Berufsbezeichnungen in der deutschen Sprache. Und diese in einem Dropdown anbieten und auswählbar machen, war eben keine Option. Weshalb wir uns überlegt haben, wie wir das besser lösen können und haben mit Omikron dazu gesprochen, ob sie uns da nicht in unserem Webshop-Formular eine intelligente Suche einbauen können. Das ist gelungen, sodass wir jetzt ein Auswahlfeld drin haben, wo unsere KundInnen Zeichenfolgen tippen können und sofort Vorschläge generiert werden. Auch eine Synonymsuche ist dort drin enthalten, sodass ein CRM-Manager beispielsweise auch gefunden wird, auch wenn der offizielle Begriff Customer Relationship Manager heißt. Dadurch, dass wir jetzt Berufsbezeichnungen in unserer Kundendatenbank haben, dass wir sie erfassen von unseren KundInnen, können wir unsere KundInnen natürlich viel besser selektieren und ansprechen. Viel zielgerichtetere Marketingansprache ist möglich. Wir wissen, in welchen Berufen die Kunden unterwegs sind und können so sehr zielgerichtet auswählen, wen wir für welche Marketingaktionen ansprechen wollen. Die Zusammenarbeit mit Omikron funktioniert immer sehr gut. Wenn wir ein Thema haben, dann gehen wir auf unsere Ansprechpartner zu, besprechen die Situation, werden immer gut betreut, es werden Vorschläge gemacht, proaktiv Vorschläge gemacht. Wenn wir ein konkretes Thema haben, was wir dann bearbeiten, dann funktioniert auch die Umsetzung immer sehr schnell und sehr gut. Wir sind alle zufrieden. Also es funktioniert schnell, unkompliziert, direkt. Und dann geht's. Dann geht's. Vielen Dank.